Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Sabine von Biene Stempel Glück. Schön, dass du an diesen besonderen Tag wieder dabei bist. Denn wir haben heute den 1. Oktober und der startet mit zwei bombentollen Angeboten. Und diese Angebote, die möchte ich dir gleich mal näher zeigen und dann gehe ich mal an meinen Schreibtisch. So, dann wollen wir mal loslegen. Und zwar haben wir einmal die Sonderaktion Designerpapier. Das ist, finde ich, unheimlich attraktiv, dieses Angebot, weil wenn du drei Designerpapiere kaufst, bekommst du ein Papier umsonst, also ein Paket. Und das ist doch hammermäßig. Und die Aktion, die läuft bis zum 31. Oktober. Ja, also guck es dir an. Es sind ganz viele verschiedene Papiere dabei. Und zum Teil, also es sind Papiere aus dem Jahreskatalog dabei, aber auch aus dem Herbst-Winter-Katalog. Und zum Beispiel auch Weihnachtspapier. Weihnachten kommt auf und zu und ich denke, da kann man es gut gebrauchen. Also das ist unsere erste Aktion. Und die zweite ist die Aktion zum Weltkartenbasteltag. Und das Tolle ist ja an dieser Aktion, die geht nicht nur über einen Tag. Nein, sie geht über zehn Tage. Und es gibt ganz viele tolle Stempelsets, die dort um 15 Prozent reduziert wurden. Ich finde das unheimlich attraktiv, weil da sind so Stempelsets bei wie Kaffee au lait oder zum Beispiel auch das Stempelset Gänseblümchen groß. Das war ja unheimlich beliebt und die Nachfrage war riesig. Ja, und auch da ist, wie gesagt, sind ganz viele unterschiedliche Stempelsets im Preis reduziert wurden. Und dann unter anderem wird auch angeboten das Flinkfix Klebeband. Und das Tolle ist, wenn du das bestellst, dann bekommst du zwei Nachfüllpackungen gratis dazu. Das ist doch der Hammer. Also es lohnt sich. Schau dir unbedingt die Flyer an. Und was ich auch ganz toll finde, ist, dass du diese beiden Aktionen miteinander kombinieren kannst, weil zum Beispiel das Designerpapier auch zu den Stempelsets passt. Zum Beispiel haben wir hier das Designerpapier Gänseblümchen groß. Das passt natürlich zu dem Stempelset Gänseblümchen groß. Und da kannst du ganz tolle Projekte mitgestalten. Und da gibt es hier noch andere Beispiele. Zum Beispiel haben wir hier das Stempelset Kaffee au lait. Und auch das entsprechende Designerpapier wird hier angeboten. Also geh doch auf meine Seite und schau dir unbedingt die Flyer an. Und du wirst garantiert was Passendes finden. Ich finde, dass diese Angebote unschlagbar sind. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du meine Homepage besuchen wirst und ja, so ein bisschen mal stöberst. Also du wirst garantiert was finden. So, ich hoffe, dass ich dir diese beiden Aktionen ja gut näher bringen konnte. Und ja, wie gesagt, ich wünsche dir viel Spaß beim Stöbern auf meiner Homepage. Und es wäre schön, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei sein würdest. Danke fürs Zuschauen. Ja, dann erst mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Biene von Biene Stempel. Tschüss.